Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helmexpress die Speedy Bolide Lederjacke vorstellen. Die Speedy Bolide ist eine für sich allein stehende Motorrad Lederjacke, es ist also nicht der Oberteil einer Kombi. Ja, sie hat einen Verbindungsreißverschluss, sodass man sie mit einer Motorrad Lederhose oder Textilhose verbinden kann, ist aber nicht zwingend erforderlich. Und der längere Schnitt ist dafür wichtig, als dass man ja gegebenenfalls keine passende Motorrad Hose dazu trägt. Bei einer sportlichen Fahrweise soll dennoch nicht der Rücken frei sein, das heißt also wenn man sehr gebückt fährt, dann ist trotzdem nicht der Rücken frei und das ist sehr wichtig. Wir haben hier Rindsleder verarbeitet und zwar in einer Stärke von 1,1 bis 1,2 Millimetern. Bei Auswahl und Verarbeitung des Materials ist Speedy sehr akribisch, sodass auch teilweise dickere Häute auf die passende Stärke runtergeschnitten werden, sodass man eben naja maximalen Sicherheit bei maximalem Tragekomfort dennoch hat. So, wir haben hier ein sehr schönes Design, es gibt die auch in verschiedenen anderen Farbkonfigurationen. Man hat natürlich auch die Speedy-Schulter, also das ist das Markenzeichen. Wir haben hier sowohl im Talienbereich als auch im Schulterbereich verschiedene Textil- und Stretch-Einsätze, die eben auch gerade sehr sportliche Haltungen problemlos ermöglichen. Wir haben hier serienmäßig keinen Rückenprotektor verbaut. Das hat den Hintergrund, dass Speedy sowieso eigentlich will, dass wir einen Hartschalenprotektor während der Fahrt tragen. Man hat aber eine Tasche installiert, sodass ein weicher Protektor genutzt werden kann. Zudem, das werden wir uns gleich anschauen, können wir hier sogar einen Brustprotektor einsetzen. Dazu haben wir den Kollegen noch einmal gedreht. Wir haben hier sehr schönen Verschluss. Wir machen das Ganze einmal auf. Wir haben natürlich Außentaschen, nämlich in dem Bereich, genauso wie eine Innentasche, die wir gleich sehen werden. Und hier haben wir dann die Druckknöpfe, wo wir den Brustprotektor einsetzen können. Das heißt also, bei einer Pause kann man den Protektor also auf einer Seite losmachen, Er bleibt dann auf der anderen Seite mit der Jacke verbunden. Das Teil ist also nicht separat und das ist ja sehr komfortabel. Wie gesagt, hier nochmal eine Innentasche. Besonders schön bei dieser Jacke ist auch das Netzinnenfutter. Das ist nicht punktuell vernäht mit dem Leder, wie man es oft kennt, sondern das ist wirklich großflächig verbunden, sodass man nicht das Problem hat, dass das Netz herausreißen kann. Im Schulter- und Ellenbogenbereich haben wir zudem CE-zertifizierte Protektoren. Und mit der Möglichkeit, hier noch ein Thermo-Innenfutter nachzurüsten, haben wir auch eine Jacke, die ich zu allen Jahreszeiten tragen kann, was sie sehr vielseitig macht. Und gerade in Kombination mit der guten Sicherheit und den hochwertigen Materialien, haben wir hier eine sehr, sehr gute, eine Oberklasse Motorradjacke. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Jacke. Und euch allen wünsche ich eine gute und vor allen Dingen unfallfreie Motorrad-Saison. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.